Ja, meinste der ist nicht fällbar? Hier muss ich, ey, hier müssen wir irgendwas aufsprengen. Guck mal her. Hier ist ne Bombe, also so ein Zeichen der Bombe. Siehst du das? Ey, geil. Ja, Dynamit hatte ich mal. Oder vielleicht kann man das auch craften. Aber auf jeden Fall kann man es finden irgendwo. Ich gucke mal. Ich habe es bisher nicht gefunden, dass ich das craften könnte. Boote, To-Do-List, ja. Bestiarium. Ja, das interessiert ja natürlich überhaupt keinen. Waffen, Molotow-Tocktail. Nee, du kannst das Ding hier nicht. Ey, ich könnte ne einfache Bombe bauen. Echt? Wie denn? Mhm. Du brauchst so ein Schaltkreis-Board, was ich gerade aus dem Rechner da geholt hab. Mhm. Du bräuchtest Alkohol, natürlich ne Münze und ne Uhr. Und dann hast du ne einfache Bombe. Wo hast du das gefunden? Wenn du dein, ähm, hier, dein, 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 ja, unseren Reiseführer aufmachst. Ja. Dann ist ja auf der rechten Seite, ähm, sind ja diese orangenen, äh, Linger. Ja. Ja. Und da das zweite von rechts. Das ist halt Weapons. Du kannst auch Tools. Ach, krass. Ey, geil. Hier kannst du ein Speer machen mit drei, äh, Knochen und, äh, zwei Tüchern. Du kannst ne, 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 Axt bauen. Ja, zum Glück spielen wir erst nicht seit 50 Stunden. Sind die ganze Zeit am Holzhacken, obwohl wir die ganze Zeit mit der Motorsäge über die Gegend bringen. Ey, du kannst hier sogar ne... Einen Bogen. Einen Bogen. Du kannst ja auch ne Knochenrüstung bauen mit, äh, du brauchst sechs Knochen und drei, äh, Kleidung. Und dann... Gib ihm. Dann hast du hier... Ja, genau. Dann hast du hier die ganzen, äh, die, was du so... Ja, aus diesen ganzen Kräutern, die du da zaubern kannst. Mhm. Boah, okay. Ich baue jetzt erstmal ne Bombe. Simple. Okay. Circuit Board. Hier, hier, hier. Stealth Armor. To make Stealth Armor combine. One Lizard Skin und 15 Blätter. Ja, das kriegen wir aber mal hin. Das sind ja voll die Tarnmänner. Geil. Das Hasenschuhe machen. Schneeschuhe. Wofür brauchst du Schneeschuhe? So, ich, ich baue jetzt uns ne Bombe. Pass mal auf jetzt. Ich reiß die ganze Scheiße jetzt ein. Jetzt, pass auf. Jetzt geht's los. So. Cash. Warte mal. Nein, ich hab glaube ich keine Knochen... Oh. Oh. Warum hab ich denn meine Coins nicht mehr? Ich hatte, glaube ich, irgendwann nur hatte ich... Oh, ich hab sogar Blueberry. Ich hab auch... Ich hab Cone Flower Seeds und ich hab Aloe Vera Samen und äh... So was alles. Wie geil. Das können wir anbauen dann hinterher. Ja, genau, genau. Ja, scheiße. Ich hab keine, ich hab keine Coins. Ich hab zwar Cash. Warte, ich guck mal nach, ob ich so ein Zeug habe. Aber ich hab keine, äh... Ich hab Coins. Geil. Kannst du die irgendwie hinwerfen? Ich weiß es nicht. Alkohol. Warte. Alkohol. Was bräuchte ich noch? Vielleicht brauch nur noch n... Nur noch Coins. Dann haben wir ne Bombe. Hier. Bitte sehr. Na, wie geil. Nimm. Nimm schon. Wie geil. Hast du genommen? Ja, klar. Ey, geil. Boah. Alter, wir sind voll die Profis hier. Das, das und die Uhr. Okay. Aber jetzt, aber jetzt muss mich doch noch mal einer aufklären. Was haben Bomben, äh, äh, was haben Münzen mit einer Bombe zu tun? Ja, für Schrapnell. Geil. Und wollen wir das Ding wirklich... Guck mal, siehst du das? Siehst du das? Ey, Tatsache. Siehst du das? Ich hab eine Bombe. Zeig mal her, zeig mal her. Warte mal ruhig. Wo hast denn du Klebeband her? Kannst du mir das mal erzählen? Ja, das, ähm, sag ich nicht. Das ist dein Unterhost bunt gemacht. Vorsicht, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Was denn? Woah. Der mag das glaube ich nicht, dass wir an dem heiligen Busch hier sind. Ja, renn weg. Renn weg. Soll ich das Ding jetzt sprengen oder nicht? Eigentlich... Ja, das ist die Frage. Nicht, dass da... Nicht, dass wir damit eine Büchse der Pandora öffnen. Ja, stimmt. Verdammt. Nicht, dass wir hier noch Pandorias Büchse öffnen. Ihhi. Ähm... Ja, okay, ja, pass auf. Die... Die Bombe bleibt ja immer im Inventar. Ähm... Ach komm, scheißegal, Mensch. Spring auf das Teil. Alles klar. Das wollte ich... Hörst du mich, Gefahr? Ich lach dir ins Gesicht. Wofür haben wir jetzt so eine schöne Festung da hinten? Wenn das... Wenn das nicht knappt, werde ich das glaube ich, äh... Ins... Ins... Wir haben doch gespeichert. Also was soll das? Genau. Okay, dann ich, äh... Ich drück da jetzt, ne? C. Ja, bitte. Hab ich. Und wann geht das Ding hoch? Ich hab keine Ahnung. Boah! Alter! Ich bin voll umgefallen. Hahaha! Du hast gut ausgesehen! Ich... Ich... Lol. Nehmen wir ernst jetzt? Ach, hier liegen die Münzen wieder. Die kann ich mir wieder einstecken. Das find ich schön. Geil, toll. Was hab ich denn jetzt gekriegt? Ich hab ein Seil gekriegt noch. Boah! Ich hab ne Knarre gefunden! Ich auch! Oh! Old Gun Part 2 von 8 hab ich. Und Old Gun Ammo hab ich gekriegt. Ich auch 2 von 8. Geil. Okay, aber was hab ich denn sonst noch hier? Wie? Ich muss jetzt noch 7 andere... Daranteile? Ich hab auch ne Kassetten... Ich hab nen Kassetten, äh... Player, der Restored Energy. Strength, Ability... Hä? Ey, warum hab ich mich denn vorher nicht so mit dem Spiel hier auseinandergesetzt? Das wär typisch, ne? Einfach erstmal drauf los. 80.000 Stunden aufnehmen, aber nicht einmal gucken, was passiert. Wie geil war das denn, ey? Voll actionreich. Ja, und was macht er jetzt? Achso, Moment mal. Den kann ich vielleicht... Mit den Kassetten, die ich gefunden habe. Du musst halt... Ich hab jetzt hier auch ein... Kombinieren. So, jetzt... Gib ihm. Geil, Musik. Nee! Ich hör voll die geile Musik jetzt. Voll die Mucke, Alter! Lass uns Alkohol trinken! Yeah! Yeah! Zack! Aber wie mach ich das wieder aus? Oh Gott! Jetzt mit dem Erst. Juhu! 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 Genau. Das war meine Frage gerade. Aber die Musik ist geil! Wo kam das her? Ja, die Musik ist wirklich nicht schlecht, aber... Es reicht dann auch. Jetzt ist... Jetzt ist... Jetzt ist es ausgegangen bei mir. Aber ich hab's immer noch in der Hand. Ich bewundere es. Dieses... Wunderschöne... Stück Technik. Alles klar. Was mich... an vergangenen Zeiten erinnert... Als ich... Ich hab ihn auch noch in der Hand. Noch erfolgreicher Wallstreetbanker war. Bevor ich mich dazu entschloss. In das Schluckzeug zu steigen. Jaja. Ist klar. Ist klar. Des Verderbens. Ne, jetzt mal erst. Wie lass ich den wieder los? Wie lass ich den dann wieder los? Ich hätte jetzt voll Bock mir ne Rüstung zu bauen. Aber... Nein! Er ist schon wieder dabei. Hast du wieder Musik dran? Ja, ich hab schon wieder Musik. Wer ist denn das jetzt genau? Jetzt hast du nen Schädel in der Hand. mit dem er erstmal schön auf den Boden gehauen hat. Sein oder nicht sein. Das ist hier. Sag mal. Hast du eigentlich nen Walkie Talkie? Ja. Hab ich. Aber... Wie lass ich den jetzt wieder los? Scheiß, den geht nicht aus. Verdammt nochmal. Ruhe jetzt! Es reicht! Die halten immer noch in der Hand. Wieso? Wie kann ich den loslassen? Warum lässt er den nicht los? Ah, jetzt hab ich ihn weg. Oh! Auch ne coole Mucke. Echt nicht schlecht! So nen Helm! Mega cool! Ja... uns Stealth-Armor oder die Knochenrüstung. Ja, die Knochenrüstung ist ziemlich geil. Möhre! Ich hab mich selber gehört. Möhre! Boah, jetzt hab ich schon wieder dieses Scheiß. Möhre, kommen! Möhre, kommen! Ich hör mich immer nur selbst. Möhre, bitte kommen! Ja, bitte. Ja, schönen guten Tag. Ach du Scheiße, jetzt hör ich dich auch selbst. Äh, Moment. Ich hör vorhin dieser Musik. Du hörst Musik? Ja, ich hör die Kassettenmusik nochmal wieder. Ja, ich auch, aber sie hört nicht auf. Ja, stimmt. Oh, okay, sie ist vorbei. Man muss sie da tatsächlich irgendwie durchhören. Ja, gut. Ja, aber ich mein... Hoffentlich ist sie nicht GEMA-Geschütz. Ja, ich würd' mal sagen, dann machen wir doch als nächstes erstmal... Ich würd' hier nicht runtergehen, ehrlich gesagt. Machen wir doch... So als Abkürzung? Ey, mach doch mal. Ist doch mal die Bären. Ich würd' sagen, dann ist doch das nächste Ziel erstmal ne Rüstung zu machen, oder? Allerdings. Ey, Kollege Schnürschuh, ich hab's hier neu gesehen. Vielleicht finden wir auch coolere Waffen oder so. Ich hab's hier neu gesehen. Ja, wir können hier... Wir können uns ja auch eigene... Also können uns ja ein Speer machen. Wir können uns ja ein Pfeil und Bogen machen. Ähm... Eine Maschinenpistole. Geil. Granatwerfer. Genau, was halt so, äh... Hier... Also Ambach ist. Du... Hund, du. Meinst du, hier geht's runter? Meinst du, das ist sicher? Ach, ich gucke, hier ist ein Fluss. Ein Flusskind. Voll, der Wasserfall ist hier. Ja, ja. Nur geregnet hat's seit Ewigkeiten nicht mehr. Nee. Ja, stimmt. Unsere toll ausgeklügelte Wasserfalle. Die hat, äh, richtig gut funktioniert bisher. Ich wäre schon siebenmal verdurstet hier. Ja. Oh, da sind wieder Koffer. Die können wir auch noch knacken. Eija. Noch ein Snickers. Äh... Ich meine natürlich ein Schokoriegel. Ich kann keine... Ich kann's... Ich kann's... Ich meine natürlich ein erdnusshaltiger Schokoriegel. Genau. Da gibt's ja auch andere von. Da gibt's ja auch noch, äh, Mars... Was? Mars hat keine Erdnüsse. Siegkommeln. Das stimmt. Mr. Tom gibt's auch noch. Das ist richtig, aber Mr. Tom schmeckt echt kacke. Das stimmt. Der besteht ja nur aus Erdnüssen. Ja, genau. Und ein bisschen... Ich hab den Stein gesehen. Er ist modern. Nein, hast du nicht. Aua. Was? Ich hab keinen Stein. Siehst du? Ich hab ihn schon wieder gesehen. Aber die sind da vorne. Was? Schon wieder? Ja. Ich komm doch sowieso nicht rein. Ich glaub, die machen auch Schaden. Siehst du das? Was? Kriegst du auch schon nicht Schaden? Alter, hör auf! Ja, jetzt müssen wir irgendwie da durchkommen, ne? Wieso? Durch was denn? Ich glaub, die stehen vor der unserer Bude. Nein. Nee, doch nicht. Ich mach mal hier kurz das Licht an. Oh, der Mond. Da hinten. Jo. Der Mond ist aufgegangen. Die goldenen Sternlein prangen. Am Himmel hell und klar. La 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 la. Ja, äh, ja, was für eine Rüstung machen wir uns? Herr, herr, werter Kollege. Ich weiß es nicht. Hm. Zack. Hm. Also ich, ich find ja die, äh, die Knochenrüstung ziemlich geil eigentlich. Du hast doch grad eben was gecraftet. Was hast du gemacht? Ich hab das Feuer nur endlich mal zu Ende gebaut. Dass der Kollege der Werte so sträflich vernachlässigt hat. Oh, lass mich mal mitlesen. Fort Timmy. Hast du mir mal ein Buch geklaut? Ich wusste es. Ich beobachte euch schon lange. Wie sieht's denn eigentlich mit der Uhr aus? Äh, 32. Achso. Ähm. Ja, ich mach mir jetzt, ich mach mir, glaub ich, die Knochenrüstung. Die ist cool. Mhm. Sechs Knochen und drei Klamotten. Das kriegen wir noch hin. Eins, zwei, drei. Ich glaub, ich mach mir diese Stealth-Rüstung. Ja. Und dazu dann noch richtig geil... ...Pfeil und Bogen. Nein! Nein, hör auf, warum tust du das? Ich hab überhaupt nichts gedrückt. Was machst du denn? Ich hab nur was gegessen. Jetzt fängt er wieder an mit dieser Musik. Ich hab... Ich hab... Ich hab nichts gedrückt. Das ist natürlich schlecht. Ah, die Stimmen... Die Stimmen sind schon wieder da. Oh, nee. Ich geh es mit dir unter Wasser. Ey, Tatsache. Unter Wasser ist auch der Ton etwas leiser. Er war immer noch da. Hörst du das... Hörst du das eigentlich, oder? Nö. Wenn ich Musik anhabe, oder? Nö. Oh, danke. Jetzt hat er ausgemacht. Warum auch immer. Er hat ausgemacht. Ich... Bin aber auch sehr froh drum. Ich baue dir auch mal eben in den Bogen, ne? Ich will dieses Scheißding loswerden. Diesen blöden Kassettenrekorder. Der hat bislang nur... Nur Blödsinn gemacht. Ich dachte eigentlich, da sind dann so... Geheime Botschaften drauf. Von irgendwem, oder... Nachrichten? Nein. Scheiß drauf. Musik. Das ist mir keil. Hm. Kann ich... Nein! Wie gebe ich dir was? Ich höre dich gerade nicht. Ich habe schon wieder diese Musik an. Ey, das muss ein Bug sein. Ehrlich, das... Äh... Äh... Wie gebe ich dir Sachen? Wie gebe ich dir Sachen? Wie gebe ich dir Sachen? Weißt du das? Wie gebe ich dir Sachen? Du rüstest den Metal Tintray aus. Also... Also... Im Inventar. Ah, ja. Drückst du beim Tintray auf... Combine. Also rechte Maustaste. Ah, okay. Und dann was du geben willst. Auch auf Combine. Und dann auf Craft quasi. Okay. Hab ich. Ich glaube ich. Ah, jo. Hier. Ist da was drauf? Oder halte ich dir noch den... Den Tintray in der Hand? Was war denn das? Was war denn das? Sollte ein Bogen sein. Ein Bogen? Ja. Ich hab keinen Bogen. Warte. Ey. Kann ich dir den Bogen vielleicht gar nicht geben? Wäre schon komisch, wenn du nicht könntest, oder? Eigentlich schon. Oder so. Weil bei mir ist das Combine-Ding... Äh... So... So... So farbig. Äh... Und dann immer, wenn ich das auswähle... Dann, äh... Ist es weg. Kannst du den nicht auch droppen, irgendwie? Einfach fallen lassen, den Bogen? Jetzt mal auf... Auf G drücken. Boing. Jetzt vielleicht? Hier. Kannst du das nehmen? Ist aber drauf. Nö. Ha. Doof ist das denn? Equip. Geh. Ja, behalte du doch den Bogen. Dann brauch ich mir einen eigenen. Huch. Wo ist eigentlich deine Rüstung, die du bauen wolltest? Achso, ja, die habe ich... Und die würde mich immer waschen. Du bist potten-dreckig, Alter. Die habe ich schon an. Warte. Dann gehe ich mir erstmal waschen. Ich muss erstmal wieder meine Axt hier auswählen. So, zack. Jetzt erstmal waschen. Waschen, die waschen, die waschen. Ich sollte gleich auch mal Medizin nehmen, glaube ich. Weil meine Energie ist nicht so... Tüfte. Nehmen wir das nochmal. Hier, Setup Defenses. Steht in unseren Aufgaben. Oh, echt? Geil. Jetzt habe ich die Klamotte an. Oh, cool. Meine... Ich bin nur noch bei 40% geistiger Gesundheit. Oh. Wo steht das denn? Guck mal nach. In den Stats. In dem Buch. 20%... Oh, ich bin 49. Das ist schlecht. Ich soll immer noch das Camp upsetten. Steht hier. Oh, ich bin infected. Das ist nicht so gut. Warum sagt mir das denn keiner, dass ich krank bin? Vor allem müssen wir bald auch wieder was zu essen holen. So. Dann müssen wir auch noch so einen Pfeil- und Bogenhalter machen. Alter. Boah, wie die dir immer kreischen, ne? Wie viele... Wie viele Bogen hast du denn gemacht? Einen. Oh, einen. Einen ganzen. Ja, den wollte ich dir ja gerade geben, du Nase. Äh, 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 quatsch. Ich meine, wie viele Pfeile? Ach so. Noch keinen. Hä? Womit hast du gerade geschossen? Noch gar nicht. Du hast doch da einen Pfeil drin. Ich hab's doch gesehen. Nein! Womit hast du... Er fängt schon wieder mit dieser verkackten Musik an. Ich, ich weiß nicht, wie er darauf kommt. Er soll das, soll das Ding außer Hand lassen. Was ist denn daran so schwer zu verstehen? Das ist schlecht. Ich hab keine fünf Federn, glaub ich. Ich hab eine Feder. Was kann ich mir denn noch so bauen? Oh, jetzt such ich da wieder auf Kuh. Weg, mal überall draufklicken hier. Wie macht man denn einen Speer? Äh, ich hab keinen Bock mehr auf diese Scheißmusik. Wirklich. Ich muss, ich muss unbedingt dann den, den Spielsound ausmachen. Geht nicht. Er ist schon echt mean. Er ist schon... Wie kommt er denn darauf, dass ich das Ding andauernd hören will? Mach die Scheiße aus. Vielleicht, weil du... Er fängt schon wieder von vorne an. Ey, das ist langsam auch nicht mehr witzig. Wirklich? Oh Gott. Alter! Hör auf, Mann! Okay, jetzt ist er zumindest schon mal still. Das ist gut. Das ist ja schon mal was. So, so, jetzt hab ich, jetzt hab ich gespeichert. Ach, hier kann man jetzt die Seeds anbauen, ja? Ja, genau. Törtl, die, törtl, die, tört. Ui. Wann sagst du denn zu meiner coolen Rüstung? Wo? Welche Rüstung? Ich trage. Sieht man die überhaupt? Das Ding, das Ding da am Arm? Hab ich das nur am Arm? Ne, ich seh da nur was am Arm. Oh, schade. Ansonsten hast du jetzt aber ein weißes T-Shirt an. Cool. Cool. Jawohl. Sorry. Ich wollte die, äh, Möwe aus der Luft holen. Mach deinen Scheiß alleine hier. So, jetzt aber Waffen bauen. Oder bauen die doch auch ne Rüstung? Du bist ganz schön schmutzig unter deinen Armen. Ja, hier steht, wie man einen Upgraded Spear macht. Ja, aber nicht wie man einen Spear macht. Genau. Auch nicht schlecht. Ja. Okay, aber... Auf jeden Fall, also wir müssen irgendwann demnächst auf jeden Fall auf Essenssuche gehen. Wieso? Haben wir nicht genug? Ja, guck mal hier, unser, unser Ding wird immer leerer hier. One lizard skin und 15 leaves. Hast du genug? One lizard skin und 15 leaves. One lizard skin und... Ja, ich hab 380, äh, äh, 348 leaves. Ja, gut, das sollte ja ausreichen. Jetzt sind deine Arme komplett im Blut. Habe ich das jetzt gebaut? Warte, du hast auf jeden Fall gerade eine Animation. Also... Echt? Bei mir sieht es aus, als wenn du... ...blutige Arme hast. Ich bin auf jeden Fall pottendreckig, ja, das ist richtig. Ich geb mich mal waschen. So, jetzt bin ich jetzt aber nicht mehr blutig, ne? Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mich mal an. Hm, bei mir siehst du aus wie sonst auch. Ja, du bei mir auch. Bis auf den, bis auf den linken Unterarm. Hm, ne, das war sich bei mir eigentlich gar nicht geändert. Was denn, wenn man das nochmal baut? Ah, siehst du, jetzt seh ich auch, ich hab, ich hab schwarze Schuhe an, ne Jeans und ein weißes T-Shirt. Genauso wie du. Ne, es regnet, es regnet. Geil. Fündet euch, ihr Hörner, fündet ihr, fündet euch. Achso, du kannst das öfters bauen. Achso, Stealth Armor, ich muss erst, ich muss erst auf Wear drücken. Achso, ja, okay. Und du kannst hier, zack, jetzt hast du, jetzt hast du, ähm, siehst du aus wie ein Baum wärst. Du, äh, du hast an deiner Hand jetzt, ähm, ja, Laub. Ja, und du hast an deiner Hand halt, oh, jetzt, oh, jetzt hast du an der linken und rechten Seite. Ja, genau, ich hab an, ich hab jetzt gerade nochmal eine gebaut davon. Wie, muss man da mehrere von bauen, oder was? Yep, genau. Ach, so, okay, das erklärt natürlich einiges. Ja, ich will jetzt nur nicht all unsere, ähm, Knochen hier verheizen. Und das steigert halt auch jedes Mal wieder die, ähm... Alter, guck dich mal an! Kann ich leider nicht. Ey, du siehst wirklich aus wie so ein Bonecatcher, echt. Geil. Gut, dann, äh... Ja, wir sind jetzt ungefähr... Müssen wir in der nächsten, in der nächsten Folge unbedingt nochmal auf Knochenjagd und auf, äh... Genau. Lizard-Jagd. Jawohl, genau. Und, äh, vielleicht noch Happi-Schappi, aber das ist ja dann quasi gleich, also gleichzeitig können wir das ja machen. Richtig. Ja, cool. Ja, dann, äh, genau, würde ich sagen, äh, speichern wir jetzt nochmal hier schön. Hab ich. Also, sehr gut. Haben wir Wasser? Ja, wir haben ein bisschen Wasser. Geil. Ja, jetzt kommt's. Das wär cool. Ja, wir hätten jetzt... Aber, aber ganz im Ernst, so, halt so find ich schön. Wir, echt, wir kommen so ganz langsam und gemächlich in dieses Spiel rein und, äh... Ja, richtig. Immer mal wieder, immer mal wieder was Neues entdecken. Finde ich schöner, als sich von vornherein alles durchzulesen. Das stimmt. Das stimmt. Genau. Gut. In dem Sinne, ne, dann, äh, sehen wir uns in der nächsten Folge von, äh, The Forest wieder. Hier, äh, an der Stelle, äh, ja, bis dahin, ne, auf, äh, Wiedersehen. Wiedersehen. Hehehe.